Mein Name ist Lina Berliner, mein Familienname ist Reichel, heute ist meine Modeshow in dem Rahmen von Berlin Fashion Week. Meine Modes ist so in Indonesien und in Europa. Ich habe meine Stoffe, Lurik aus Jaffa in Yogyakarta und heiße auch Streife. Elegant, klassisch und auch modern. Ich habe meine Lockback gedesignet, weil ich alles mit Liebe arbeite. Ich liebe alles. Ich liebe Mode, ich liebe mein Team, ich liebe alles. Und ich dachte, okay, dann mache ich jetzt Lockback. Ich bin Lina Reichel, ich bin die Tochter von Lina Berliner. Ich finde es schön, was sie macht. Und ich finde es auch schön, dass sie dann halt immer diesen selben Stoff benutzt, also Lurik aus Indonesien. Und es ist ihr Erkennungsmerkmal und ich finde es etwas Besonderes. Es gibt immer Überraschungen. Also es ist nie so, jede Minute passiert das, was man geplant hat. Ich glaube, viele Designer haben halt nicht dieses Erkennungsmerkmal wie meine Mutter. War harte Arbeit und ich bin echt stolz auf sie. Und ja, viele Leute sind da. In zwei Stunden ungefähr geht es los. Aufregend. Natürlich, das ist eine von meinen Inspirationen, weil ohne Love, du hast auch keine Starke. Also ich will meine Collection so stark, weißt du. Und das braucht Liebe von allen. Wir kommen aus Mannheim. Wir sind extra hier angereist wegen der Berliner Fashion Week. Und wir erwarten jetzt hier echt Großes von der Lina Berliner, weil wir folgen ihr ja ständig auf Instagram, auf Facebook. Und wir finden einfach ihre Kleider einfach super toll und sind echt schon sehr gespannt auf ihre Show. Ciao!